Hallo liebe Wanderfreunde, wir sind heute auf dem Pörnergrat und hinter mir hat man eine fantastische Aussicht und wir werden euch dann noch richtig gutes Bildmaterial nachher zeigen. Und um diese Aussicht zu genießen, hat Leke ein paar Stühle entwickelt, sogenannte Faltstühle und die gibt es in zwei Varianten. Einmal in klein, das ist der Chiller und in noch kleiner, das ist dann der Breeze. Der Breeze eignet sich optimal für die Wanderer, denn er wiegt gerade mal 1078 Gramm und passt somit auch relativ ins Handgepäck. Ich möchte euch jetzt beide einmal vorstellen und vielleicht können wir uns dann hier in Ruhe hinsetzen und dieses traumhafte Panorama genießen. Jetzt will ich euch einmal zeigen, wie einfach man die Faltstühle aufbauen kann. Geliefert wird das Ganze in dieser schönen Schutzverpackung. Kann man aufmachen. Und darin befindet sich A, der Bezugsstoff. Den brauchen wir gleich noch. Und B, das Gestänge. Und einige werden das Gestänge schon diese Funktionalität vom MicroStick kennen. Ich will den jetzt nur zusammenlassen für den Effekt, der gleich passiert. So sieht quasi das Gestänge aus, wenn man es rausnimmt. Und dann brauchen wir nur hier so ein bisschen drehen und machen. Und alles baut sich da fast schon viel von alleine zusammen. Geht wirklich wunderbar einfach. Und das ist quasi schon das Gestänge. Da brauchen wir jetzt nur noch den Stoff einhängen. Ich stelle das mal hier runter. So. In dem Stoff sind hier so kleine Laschen. Die hängt man dann einfach eins. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht. Ich zeige es euch gleich nochmal. Zwei. So. Drei. Vier. Und schon habe ich meinen Stuhl fertig. Hier seht ihr einfach diese Laschen, die wir hier reingesteckt haben. Und der Stuhl hält bis zu 140 Kilo aus. Also selbst für mich als der etwas leichtere überhaupt kein Problem. Seht ihr diesen schönen Ausblick? Und ich sitze in meinem Hickenstuhl, kann ihn in vollen Zügen genießen und hey, es ist einfach nur geil. Dieser Blick oben vom Hörnergrat. Ein Traum. 1 2 2 2 3 4 5